so hallo noch mal ohne video und leider mit headset weil man die audio interface kaputt ist es klingt ein bisschen merkwürdig aber es sollte für das kurze tutorial noch mal gehen also lieber fred ich bin jetzt hier im letzten system mit einem raumschiff was nur diesen hyper antrieb drin hat bist du ganz normal der hyper antrieb den welches noch mal voll laden so hier ist sonst nichts drin bin im letzten planet einsprung vom zentrum gehen die galaxy map rein wähle herz der galaxie an wenn ich jetzt die maus bewege ohne irgendwas zu machen kommt ein gelber ein gelber ein gelbes rechteck das muss ich irgendwie mit der maus so weit bringen dass oben links oben links dieser kreis kommt unter kein filter noch mal das ist im echt total tricky unter kein filter ist ein blinkender kreis ohne dass ich irgendeine taste drücke so wenn der kreis kommt dann drücke ich die was was denn es ist selber nicht hin noch mal es ist wirklich total bescheuert gemacht so wenn ich jetzt die maus dass du drücke spring ich darüber drückt dann mit linker maus als geworben und das war's also noch mal in dem letzten system gehen die galaxy map herz der galaxie bewegt ohne irgendeine taste zu drücken die maus ein bisschen da kommt dieses rechteck das mit der linie übereinbringen oben kommt dieses dieser kreis und dann mit der linken maus das für gott gedrückt halten bisher kreis sich gefüllt hat und schon kann man sprengen das war's okay ich hoffe ich konnte damit helfen tschüss